Hallo, hier ist der Michael Groß. Ich wünsche allen Kameriders viel Erfolg. Natürlich, dass sie gesund und munter bleiben. Uns allen auch ein bisschen Spaß an der Sache, weil dann kommt wahrscheinlich noch mehr Geld für die Kinder in Nordostindien zusammen. Und insofern machen Sie alle mit. Seien Sie dabei. Es gibt nichts Schöneres, als anderen zu helfen.